Sieger auf Mathe 2 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 Ich glaube, das ist nur der Mann, der Mann! Komm auf, Klassy, geht schon bald, geht schon bald mit rein! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Sieger auf Mathe 1 wurde Arthur Finneisen Thalheim. Mathe 1, nächste Fahrtung, Kampf Nr. 21. Johnny Gröber Lugau gegen Sebastian Epperechi Wolfshagen. Mathe 1. Sieger auf Mathe 200. Swns in die Ferne! Sieger auf Mathe 24.